ja hallo ist das team vom supportnet und heute zeigen wir euch mal die bedienung von windows 8 und zwar gehen wir jetzt auf den rechtsklick ein der hier ein starkes werkzeug ist so wir gehen jetzt einfach mal auf den start screen und machen einen rechtsklick und schon eröffnet sich unten eine leiste jetzt können wir mal auf alle apps gehen jetzt hätten wir alle apps zur auswahl wir können jetzt auch mit dem rechtsklick hier mehr machen wir können jetzt zum beispiel sagen wir wollen den windows wieder rechtsklick jetzt wählt er den hier auch aus und können sagen wir wollen ihn vom startmenü weg haben oder wir wollen komplett deinstallieren jetzt sagen wir mal vom startmenü lösen wir gehen wieder zurück und man sieht jetzt ist ja auch eine leere fläche das ganze machen wir jetzt noch mal und fügen hinzu wieder rechtsklick und anheften sagen zurück gehen und jetzt ist er hier oben so kann man natürlich hier hinschieben wenn wir möchten gut jetzt gehen wir einfach mal in eine app rein zum beispiel den internet explorer jetzt gehen wir mal auf supportnet gut wenn wir jetzt hier einfach rein klicken in die seite verschwindet alles wenn wir jetzt einen rechtsklick machen sehen wir oben den tab und unsere adresszeile jetzt können wir hier oben sagen wir machen mal einen neuen tab auf und gehen auf google und wenn wir jetzt wieder einen rechtsklick machen sehen wir beide tabs hier oben gut wieder zurück jetzt probieren wir das mal mit einer anderen app aus zum beispiel nehmen wir jetzt das wetter so hier wieder ein rechtsklick und schon öffnet sich hier oben eine leiste so jetzt haben wir das indische wetter und wieder ein rechtsklick und wir sehen die ganzen leisten hier unten und so kann man bei jedem programm etwas machen gehen wir finanzen rein und wir machen den rechtsklick öffnet sich hier oben nur eine leiste also hier haben wir praktisch immer die einstellungs sachen oder die das menü einer app zurückgehen ja und das war es auch eigentlich schon wir können jetzt sagen sogar noch sagen auf den kalender zum beispiel rechtsklick und können auch von hier aus sagen lösen deinstallieren oder auch kleiner machen einfach nur gut wie gesagt der rechtsklick wird euch bei windows 8 häufiger begleiten und viel spaß beim ausprobieren